Mittlerweile geht mir so ein Giss mehr durch den Kopf und ich frage mich immer noch, ist das alles hier so mit Hip-Hop überhaupt noch gut? Oder ist das letzten Endes nur mal wieder wie eine Flut, die sich oft tut, wenn man die Brut so checkt und natürlich auch gecheckt hat, dass sie verreckt hat, und zwar sich selbst schon wieder. Hm, nee, sorry, falsches Deutsch und schon wieder krass enttäuscht, allerdings auch nur von mir und das Zeug, was mir entfleucht, ist nun einmal so, und das, was ich hier natürlich auch schon wieder nicht vortäuscht, sondern letzten Endes bloß mal wieder so enttäuschend finde, wie letzten Endes auch schon wieder die Dinge, die ich hier so vorbringe. Hm, wer bin ich denn schon wieder? Ach so, ist nicht mein eigener Fristl, oder wie war das hier gleich noch einmal? Ach, wahrscheinlich ist es einfach so, dass ich hier schon wieder die Sonne scheinend bemerke und natürlich auch meine Reime zu Werk geben lasse, und zwar hier eine Masse, die natürlich auch zu fassen ist, und zwar er hier. Allerdings wäre ich mich jetzt gerade schon wieder mit dieser Scheiße und frage mich letzten Endes auch schon wieder, was geht denn hier auf eine Weise, die natürlich auch weise sein könnte? Wäre da letzten Endes nur mal wieder der eine am Reimen, und nicht irgendwie tausend Schweine, die meinen, sag ich zu sein, in Wirklichkeit sind sie dran, oder doch nur schon wieder hier jetzt gerade nicht dann? Hm, mal überlegen, worüber reden? Worüber legen können wir denn jetzt noch etwas hin? Ach, wahrscheinlich legen wir es dann schon wieder schlecht gerade mal in den Sinn und werden hier letzten Endes kapieren, was hier natürlich auch aus meinem Ehen schon wieder floss, ist einfach nur der Freestyle-Spruch, Genius Hardcore, was denn auch sonst? Einfach nur mal wieder so, weil ich schlage sie, Kao, wo, da bin ich doch nur hier gerade, wie, wo, was? Hä? Wer? Ach so, womöglich auch noch, warum und wie, wie, so, weshalb, warum? Ach so, nee, sorry, ich bin jetzt gerade nicht bei der Sesamstraße oder so und auch nicht bei Halo Spencer, sondern einfach bloß mal wieder dort, wo der Dancer weitergeht und dann dort ist schon wieder hier der Typ, der längst klar erbebt wie eure Ohren, während sie geboren worden von dem Sound. Es ist natürlich auch schon wieder der King of the Underground, denn was weiß nicht.